ach nö was soll das bedeuten ein bisschen verflucht ich kann noch nie rüberspringen oder nächstlich nur an der kohle das problem hat schon mal soll ich muss schon mal gegen marcus und rito spielen das wort total scheiße ja wenn die anarbeit bei uns wollte die kuh geben würden dann könnte man das vielleicht ein bisschen umgehen ach das ding ist das wieder oder ähnliches zumindest das ist ein fußball scheiße was ist das denn ich bin im hilfe ich bin in irgendeiner wand wo willst du denn weg von euch und 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 jascha kommt irgendwie gar nicht klar mit der steuerung ich habe irgendwen ausgelöst blonde städte meine blonde weil wir das jascha irgendwo unten was lädt ihr mich hier mit der ich bin die schildkröte wie kommt hier durch geschossen ja das war ein bisschen mir geht doch einmal am rand bis da unten ist kannst du abschießen das ist nicht in ruhe ich habe auch unten mensch kevin ja jetzt schießt du bist ein gut komm wieder überhaupt wieder rum ja kommst du einmal mit kevin heute hat das nicht und deine freundin gestern umgesucht wobei der lebt doch wer stört wer ist gestorben ich habe mich von der frau abschießen lassen das ist legitim das kann man machen ja schon kommt irgendwie gar nicht glaube ich also wirklich doch du musst du nur noch springen du bist schon kalt das ist scheiße ich habe mich festgefahren ich habe mir an dein eigener auto auszutun entschuldigung ja kevin ist so gestorben oder was nein ach nee ich gucke ein kevin zu nee ich gucke lieber einen anderen spieler zu der wenngst was drauf hat das war klappt alter kevin du musst dich schon mal ein bisschen bewegen die hätten dich jetzt beinahe fast später erwischt ja aber du hast achten hinter dir die hand schrauben löst eure chance ich habe das baby weg Jo, oh, Alter! Hammer! Bis die Ascha trotzlichen getroffen hat, hat noch voll durch mich durchgeflogen. Dass auch ich und Penny uns gegen dich anfahren. So, Penny, besser schießen als fahren, ne? Das hat's doch schon mal probiert, da bist du aber runtergefahren, ne? Von Markus hat er den Mann jetzt gar nicht gehört, großartig, bis er irgendwie gekült hat. Ich hab die ganze Zeit geredet. Von Kev hat man wenig gehört. Weil ich da tot war, da hat er ja nicht mehr zu floben. Ja, eben. Das ist der Scheiße, wenn man nichts, wenn man, äh, wenn sich da was ich nicht mehr verweigert habe, der Satz hat keinen Sinn. Hatt ich jetzt. Du verbittest mir nicht den Mund, du Punktlinse. Alter, ich bin der Luft. Ich kann ja nicht nur du, aber. Ja, brenn. Ah, ja, brenn, 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 brenn. Kann ich mal einer anschieben? Ja. Da unten gibt's auch noch Autos. Du bist schon runtergefallen? Ja, weil ich, äh, auf der mittleren Plattform umgegengefahren bin, da hatte ich nicht mehr genug, äh, Speed, um dann, äh, wie soll ich sagen, oben, also auf der anderen Seite wieder rüber zu kommen. Einer fährt oben die ganze Zeit lang oder was? Nein! Na, hoi, 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 hoi. Was war das so? Ja, ich muss aber noch jemanden erwischt haben. Ja, mich. Da war gar nicht heiß, Kante drin. ja ich bin auch gerade die rampe runterkommt auf einmal hat mich gestoppt einfach ja ja ich hatte auch für den raketenwerfer und dann noch reden so komisch hier braucht man einfach die röhre wieder hochfahren da kommst du wieder auf die plattform oben du musst lachen aber ich fahre erst mal dagegen das hat sinn bekommen so was lesen ja ja genau das war jetzt alles gut ich lebe doch wieso schießt du auf mich ich bin bundesagent wie oft genug die weg ich habe es schon auf den augenwinkel gehört in die jungen vorsicht ich weiß Das war knapp Sven. Ja, ich weiß. Das war aber auch knapp, Baby. Das ist die ganze Zeit knapp bei ihr. Ja. Die Autos sind die Orangen. Die mag ist knapp. Erzähl er mich an den scheiß Zirkus, ey. Ich meine eine Aufführung mitgemacht habe da, ey. Vorsicht, von links kommt was. Oh mein, von links, von links, von links, von links. Spend, ey. Der schießt hier oben. Das wirst du von beiden Seiten. Links, links, links. Rechts. Jawohl. Das war das denn jetzt. Ich hab dich aber getroffen. Du hast mich nur gestriffen. Bei mir hast du dich nicht getroffen. Ich dachte, ich hätte dich mit der Schlauze mitgenommen. Schade, ich dachte. Schade, schade, schade. Was war das denn jetzt? Ey, er hebt ab. Er hebt ab, ne? Er hebt ab, ne? Er hebt ab. Er hebt ab, ne? Beine boaden. Kann ich dir was Baby zu gucken? Nee. Er ist Angst. Baby, es hat wenigstens ein bisschen Luft Der Schuss war super, ein bisschen später Der wäre genau gesessen bei ihm Und tot Der gewinnt jetzt eigentlich wir, oder? Weil wir zwei Kills gemacht haben, ne? Ich habe keine Ahnung Scheiße, ich dachte, ich stehe jetzt da Wo wolltest du denn hin? Ich dachte, du wärst jetzt nach links gegangen Der war nicht schlecht, Baby Du hattest wirklich paar knappe Momente in deinem Leben Ja, ich hab's einmal schön erwischt, Eon Alter, als erstes ist man rausfahren Wie bitte? Dich als erstes jetzt rausfahren Warum? Weil du der beste Schütze bist Nee, da morkelst Ja, den haben wir jetzt jetzt raus Ich bin schon wieder auf mich Teddy kümmert sich dann, weil du's, weil du's wendest Leute, alle auf mich, Herrschau Hallo Bin dafür Welpenschutz, ja? Nein, hier gibt's Welpenschutz, entweder ganz oder gar nicht Ihr hießt, sterben oder Ja Bin ich einfach nur in den Schuh wieder Sterben oder sterben? Warum hängen wir schon wieder in der Luft? Ja, was kenn ich Weil wir Bodensprünge machen Alter, das geht zu nur noch Und dabei sterben wir dann Ja Ihr seid noch die Ene? Schaden hab ich auf jeden Fall genommen Markus, willst du noch die Ene-Map, die wir mal hatten? Nö Tintintintintin Tintintintintintintint Tintintintintintintint Jawohl, dann machen wir halt Marco jetzt erstes Wie kann mich wie Johanna mit dem Auto wegsprengen? Wie geht denn das bitte? Die da sind Explosionscontainer, die ich getroffen hab in der mitte die fester dann nehmen wir die mal weg ich bin raus sie verhalten wie die fliegen es ist nur noch einer wo ist denn das da habe ich ich nehme den ball mit weißt du wo er ist gerade wo er steht leider nicht am flughafen ich habe ihn erwischt bei mir aber nicht bei mir ist blut auf dem ding dein eigenes vielleicht du hast deine torke wir konnten dich verloben ja du kannst du kannst mit touch bei die kamera wechseln und dann kannst du links und rechts schauen die doch auch mal ein bisschen ihr glück haben mein gott und nächste runde sind unsere ja wir gehen jetzt hier zwei runden hintereinander und dann passt das schon ich habe heute keine chance auch mal okay penny wir machen auch direkt die super also die explosions dinge weg wir sind schon wieder in der luft dass wir wieder wehtun wir sind schon wieder auf den füßen ja weil sie weil du hier nirgendwo lang fahren kannst überall liebst dich aus total scheiße die menschreise marfen schweizer untergefallen alle drei sind runtergefallen nein wird wird aber auch die map wird aber auch gelöscht hier danach die ist nicht gut gebaut das stimmt genauso manchmal du fährst du fährst die rampe runter manchmal und da bremst dich einfach unten am knick aus das ist einfach werden also noch mauer hängen jawoll ich habe beide ich habe beide ich habe beide in einem zug weggenommen wir machen es unbedingt heute nicht weil das kevin überhaupt was trifft ist ein wunderbar im ersten spiel sowieso aber das hat zweimal mit aimer trifft also ich weiß nicht wenigstens habe ich nicht Asha glaube ich nicht habe ich erstens mitgenommen und dass ich baby habe das wusste ich nicht dass ich die noch mitgenommen habe ich siehst du hast du unten gelesen aber genau gesagt aber da kann man sich eigentlich als video starten ich habe den besten kill den hatte ich in der letzten aufnahme auch schon mit den zwei granaten wo ich die zwei mal mit einem stauner mitgenommen habe Leute sprengt erst die fässer so 2-2 Leute jetzt entscheidet deswegen bin ich früher explodiert weil ich oben drauf stand ich blinze da war die schlechte jetzt muss ich wieder weh ja bei euch ja das stimmt ja klatsch voll auf die fresse alter t 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 ich habe ich eigentlich auf baby war fix ist man gerade bei 22 kommen leute hier auch das ding und für mal 32 nein jawohl ob auch mehr glück als verstand gerade gewesen war ja schon ich konnte nämlich nicht rollen weil der grad am nachladen war da ging das nicht ich gucke mal wieder unten was mich über sucht hat doch leider weiß ich darf jetzt hier alles alleine machen sie fährt ja wieder hoch sie ist nur das dauert ja auch so lange ja schon wieder hoch nicht 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 was habe ich jemanden erwischt war es ernsthaft ja vor allem habe ich jemanden erwischt wenn es der einzige noch lebt habe ich jemanden erwischt ich wollte wissen ob ich einfach nur weggekleidt oder jemand erwischt habe kommt dann die machte fertig die ganze welt hofft auf dich wo will ich denn hin ja schüss ich habe zu werden kannst du mir erfahren ist besser wo fährst du denn hin da ist aber nichts wenn wie da bin ich aber ohne ich sehe nur zu wie sie runter fährt alles gut alles gut Was ist denn da? Der kommt nicht! Schade. 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 Ich lasse es. You hate you? Aua. Bist du schon wieder unten? Ja. Was kann der eigentlich noch aus? Ich bin auch runtergefahren. Wie ne schön Grote. Der Jascha macht mir Angst, den müssen wir eigentlich als nächstes rausnehmen. Ja. Scheiße, das war's. Haben Sie gewonnen? Nö, er steht. Bei mir war der nämlich runtergegangen. Wie oft nicht der Schmampel ist ein. Bei mir ist es tatsächlich noch bei mir war der runtergefahren. Deswegen habe ich gesagt, man das war's. Du warst eben in der Luft und dann auch einmal stand ich zu lassen. Nein! 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 Der hat mir die Karte gefallen. Die blonde schlampe lebt noch. Ja, das wird es nicht mehr der mehr. Dafür hat es nicht mehr zu sterben. Wir haben zwar verloren, aber ist scheißegal. Drei, zwei, eins. ich hab lange überlebt ja alter am baby was hast du gemacht schildkröte gespielt ausnahmsweise mit der switch vor mir das kann doch nicht sein das müssen wir wieder ändern ja